Die Trauung gilt als der schönste Tag im Leben eines Paares. Doch um den Bund der Ehe mit dem jeweiligen Partner einzugehen, braucht es vor allem einen geeigneten Termin. Das ist im aufregenden Promileben ein Problem. Diese berühmten Paare wollen in naher Zukunft dennoch den Schritt in ein gemeinsames Leben wagen, manche davon sehr gut, andere wiederum weniger gut organisiert. Schweden darf sich nach dem Eschgansieg über eine royale Hochzeit freuen. Prinz Karl Philipp, 36, wird am 13. Juni 2015 seinen beiden Schwestern nachfolgen und ebenfalls den Bund der Ehe schließen. Die Auserwählte ist seine Langzeitfreundin Sophia Helqvist, 30, mit ihr ist der schwedische Prinz seit 2009 liiert. Die Trauung wird in der Kapelle des Stockholmer Palastes stattfinden. Bei den Hochzeitsfeierlichkeiten wird nichts dem Zufall überlassen. Wir haben versucht, alles harmonisch aufeinander abzustimmen. Es fing schon bei der Wahl der Blumen und der Musik an, erzählte Helqvist im Interview mit einer schwedischen Nachrichtenagenturpunkt. Die beiden sind zwar kein Adelspar, ihre Hochzeit wird trotzdem royal werden. Tote Lebenicu Hiltonen, 31, wird ihren Verlobten James Rothschild am 10. Juli 2015 im Kensington Palace in London das Jahr Wort geben. Das berichtete das Portal Usweglü unter Berufung auf einen Insider. Hilton und der britische Banker, wir sind seit 2011 liiert. Kennengelernt hat sich das Paar auf der Hochzeit von Peter Ecclestone und James Stuart, wenn das mal kein gutes Zeichen für eine langlebige Ehe ist. Punkt diese Verlobung ist noch ganz frisch, ein Hochzeitsmin steht noch nicht fest. Während der Feier zu seinem 30. Geburtstag machte US-Basketball-Star Nick Young seine Ichke Adzalea, 24, Trouble, einen Heiratsantrag inklusive knievoll und gigantischem Verlobungsring. Den präsentierte sie im Anschluss mit dem Hashtag ihr seid ihr es stolz auf ihrem Instagram-Account. Am 7. Juni feiert Adzalea ihren 25. Geburtstag. Ob dann bereits die Hochzeitsglocken läuten? Schauspiele Taylor Kenny, 33, Die Schadenfreundinnen, hat einen ausgeprägten Sinn für Romantik. Am Valentinstag machte er seiner Freundin Lady Gaga, 29, Mariteneid, mit einem Diamantring in Herzform einen Heiratsantrag. Zu lesen war dies alles auf Instagram. Er schenkte mir sein Herz am Valentinstag, und ich sagte ja, schrieb Lady Gaga überglücklich. Ein konkreter Hochzeitsmin steht allerdings noch nicht fest. Die Pop-Sängerin ist trotzdem fleißig auf der Suche nach dem passenden Kleid. Es wird nur für Taylor sein, sagte sie dem Magazin Womenswerdaü. Ich habe mir noch nichts Konkretes überlegt, aber was immer es sein wird, es wird ganz für ihn sein. Dieses Traumpaar macht ein großes Geheimnis um den genauen Hochzeitsmin, Die Schauspieler Sofia Vergara, 42, Modern Family, und Hermann Garnelo, 38, Triblot, veröffentlichten zwar Fotos von ihrer Verlobungsfeier auf Instagram, hüllen sich aber ansonsten in Schweigen. Verraten wurden nur, dass sie eigentlich im Sommer hätten heiraten wollen, aber Manganelo zu beschäftigt sei. In einem Interview mit E. Neves offenbarte Vergara, dass das Datum schon von Anfang an festgestanden habe und von besonderer Bedeutung sei. Die Schauspielkollegen hatten sich an Weihnachten 2014 verlobt.